Nur mal so als kleine Info vorweg, ich wollte jetzt mal ein Intro ausprobieren und mal eure Meinung dazu haben. Also guckt es euch mal an und schreibt eure Meinung zu diesem Intro in die Kommentare. Ich würde das dann natürlich je nachdem, was wir halt für ein Game spielen, modifizieren. Aber ich würde mal sagen, ab zum Video. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und zwar haben wir ja immer noch hier den Eingang. Wir haben zwar jetzt hier schon unser erstes Gehege und ihr seht schon, ich habe ganz klein wenig Änderungen vorgenommen. Und zwar habe ich jetzt hier ein bisschen... Och Gott, was ist denn das hier schon wieder? Ich glaube es nicht. Ey, du kannst dir wirklich keine Sekunde mehr in Ruhe lassen. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte diesen Zoo. Jetzt hier vielleicht 10 Minuten laufen. Ich habe hier diese Schilder hingestellt, diese beiden, die wir hier haben. Hier oben tatsächlich auch nochmal die Info-Lautsprecher und hier einen Versteck, den ihr da sehen könnt. Und ich habe hier diese beiden Geldautomaten dahingestellt. Und halt natürlich hier die Spendenboxen und diese... Naja, was ist denn das überhaupt? Tiergesprächsstation. Fragt mich nicht, warum es sowas gibt. Finde ich ganz interessant, aber... Und naja, ist ja auch nichts Wildes. Aber, das war basically das Einzige, was ich gemacht habe hier. Offscreen gerade. Und ihr seht schon... Es sind einfach vier neue? Sind es vielleicht sogar fünf? Man weiß es nicht. Wartet. Lasst es mich mal nachgucken, wie viele Tiere haben wir drin? Sechs Tiere. Okay, es sind nur die vier. Okay. Dann geht es gerade noch so eben klar. Aber das meinte ich mit Faun. Faun sind einfach nur komplett übertrieben. Egal, was ihr macht. Die vermehren sich so weit, wie sie wollen. Die ziehen einfach nur durch. Also wirklich. Und auf jeden Fall, ihr seht schon, wir haben den Zoo wieder offen. Und dadurch, dass wir jetzt Faun drin haben, kommen dann die Leute auch rein. Und naja, hier haben wir einen ganz kleinen Vorteil. Die Leute rennen um die Bänke so ein bisschen rum. Und wollen nicht in der Mitte durchgehen, weil sie halt... Naja. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen so gecodet, dass sie nicht durch die Obdekte gehen, oder? Sind die so gecodet? Ja. Die sind so ein bisschen so gecodet, dass sie anscheinend nicht durch Mülleimer gehen. Und sowas. Das muss ich ausnutzen. Das muss ich so hart ausnutzen. Dann kann ich hier ja Korridore für die bauen, dass die wirklich hier durchgehen müssen. Und nicht einfach hier durchkrossen. Wartet mal. Kann ich den jetzt hier? Wenn ich den hier mache. Laufen die da durch? Hallo? Ja, so halb. Okay, es geht jetzt aber nur jeder hier bei der größten Lücke durch. Oder? Wenn wir jetzt hier den entfernen, dann rennen sie alle nach da. Ihr seht schon. Oh, ich habe gerade was ganz Wertvolles gefunden, glaube ich. Okay, das war jetzt nicht geplant. Aber ich schätze mal, wir haben ja ganz zufällig einen Plan gefunden, was wir diese Folge machen wollen. Ich würde mal sagen, ich teste mal ein bisschen rum, was von den Dingern ich hier einbauen kann. Als Mittellinie, dass hier nicht immer durchgerannt wird. Und dann sehen wir uns danach direkt wieder. Das ist doch geil, dass wir dann wirklich hier auch begrenzen können. Und hier und hier. Dass die wirklich nicht mehr durchgehen. Ey, das ist mal so eine geile Idee. Alter. Weil ihr seht ja schon, hier die rennen einfach lang, wie sie wollen. Und hier stehen sie auch einfach mitten im abgesperrten Bereich. Und schauen sich einen Busch an. Interessant auf jeden Fall. Aber ich mache Geld. Ey, ich mache sogar Plus mit dem Park. Wie kann ich Plus machen gerade? Also erklärt mir mal, wie kann dieser Park im Vergleich zu meinem letzten Park, im Park, obwohl, was heißt Park? So, halt Plus machen. Guckt euch das an. Ich habe hier sechs V'n drin. Und der Rest ist Eingang und Parkhaus. Wie? Kann das Ding Plus machen? Wartet mal. Ja, okay, offiziell macht er noch Minus. Aber hier, da unten, ihr seht's. Plus. Ja, nee, aber ihr seht schon, wir haben hier Einnahmen. Ticketverkäufe sind recht hoch. Ladeneinnahmen gehen. Und Spenden sind recht hoch. Hm. Keine Ahnung, warum wir angeblich die ganze Zeit Plus gemacht haben. Aber egal. Ich finde, das juckt mich sowieso nicht, weil ihr seht schon, meine Armee an Jaguaren ist immer noch da, wenn ich mal gucke. Achso, ja, danke für den Park. Den haben sie auch noch nicht gefixt. Der ist schon Jahre drin, stört aber wahrscheinlich keinen. Deswegen fixen sie den aber nicht. Und dieses lange Laden ist natürlich auch schon ein sehr, sehr langer Park. So gehen wir hier zurück. Hier, ihr seht, meine Jaguar-Armee ist am Start. Und, ähm, deswegen kann ich hier ganz gemütlich, ähm, erstmal für den Anfang aufs Geld, ähm, nicht so stark achten. Für alle, die diese Taktik sehen wollen, ähm, oder wissen wollen, wie das funktioniert, ihr nehmt euch einfach einen Zucht, ähm, Park, wo ihr ein paar Jaguare oder so züchtet. Oder irgendein Tier, beliebiger Art. Am besten so viel Geld, wie ihr dafür kriegen könnt. Und, ähm, lagert sie im Handelszentrum ein und dann geht ihr von diesem Handelszentrum aus, ähm, in den anderen Zoo eures Franchise und dann verkauft ihr die einfach da für Geld und fertig. So, aber ich würde mal sagen, bevor das Ganze jetzt hier viel zu lange dauert, gehen wir mal ganz schnell in den Timelapse und bauen hier ein bisschen diese Barrieren rauf. Und gucken mal, wie sich das Ganze dann so ausspielt. So, da wären wir wieder. Und, ihr seht schon, und hört es vor allem auch. Und wenn ihr jetzt mal rausguckt, ihr seht jetzt auch, warum der gute Kollege sich jetzt hier hingezogen, äh, zurückgezogen hat. Weil, naja, ich meine, da kann man verstehen, dass der nicht da draußen stehen will. Und wir haben den ja letztes Mal erlaubt, dass die hier rein dürfen. Ich meine, finde ich ganz witzig, stell dir mal vor, ihr würdet in einem Shop sein und auf einmal würdet ihr euch dann so ein V aus der Ecke angucken. Stell dir das mal vor, ihr kommt hier so rein und denkt euch so, ja, okay, hier, interessant, ich kann hier irgendwie Möwen oder was auch immer das kaufen. Hö, was liegt denn da? Moin. Liegt einfach so ein V in der Ecke. Das wäre irgendwie witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das würde keiner machen, weil dann könnte man hier unten diese beiden Regalbretter überhaupt nicht belegen, immer. Also, an sich geht das dann nicht, weil, naja, die würden alles kaputt machen. Und was witzig ist, was mir aufgefallen ist seit letzter Folge, wir müssen mal die Heatmap angucken, wo die überall hin können. Wie auch immer die hier oben hoch wollen, aber anscheinend kommen die irgendwo hier oben hoch. Und das will ich irgendwie mal sehen. Also, ich hoffe, wenn das irgendwann mal passiert, dass ich in V denkt, ey, ich kletter hier oben hoch. Dass ich dann in dem Moment da bin. Weil das wäre so wirklich schön. Das will ich sehen. Hier, guckt, könnt ihr euch. Da steht da rum und denkt sich so, ja, okay, ich mach hier einfach mal rein. Ja. Genau das. Nee. Nur, weswegen wir eigentlich hier waren. Upp. Was ist denn das hier? Wir haben eine Herausforderung gekriegt. Mindestens 300 Gäste. Easy. 500 Dollar aus Souvenirläden. Easy. Und wir waren in Tieren, haben wir aber noch nicht. Okay. Das stört nicht. Dann, ich schätze mal, wir müssen raus in den Regen. Hilft nicht. Und zwar seht ihr schon. Ich habe hier, oder erstmal hört ihr es. Ich habe hier ein bisschen mit Musik rumgespielt. Ihr seht es hier oben. Ich weiß nicht, ich fand die Musik ganz passend. Und sie heißt auch, ja, hier, warte mal, für die Leute, die es interessiert. Bärenfreuden. Finde ich aber ganz interessant. Passt die hier ganz gut rein. Ich habe zwar ein paar andere durch experimentiert, aber ich finde das passend. Also als Eingangsmusik. Hier, ihr merkt schon, sie wird leiser, weil wir hier in der Mitte keinen haben, aber sie ist immer noch da. Wir haben jetzt hier welche. Dann haben wir hier ein bisschen Ambiente. Ich weiß nicht, ihr hört es. Hier ist so ein bisschen Wald gewesen. Die haben leider keinen europäischen Wald, sondern nur einen asiatischen Wald hier. Das finde ich schade, dass sie nichts, was europäisches haben irgendwo. Aber, naja, ist auch egal. Und dann haben wir hier halt basically die Lautsprecher einmal rumgebaut. Und wo kamt ihr gerade? Egal. Es funktioniert nicht immer ganz mit den Treppen. Äh, Treppen ja natürlich. Mit den Bänken und Müllarmern. Aber, ich habe ein bisschen rumprobiert. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum das Ding hier steht, das Tiergespräch 2. Das steht hier, weil ich festgestellt habe, dass die Dinger Besucher genauso beeinflussen. Und dann, wenn ich hier das Ding nehme und sage, okay, ich stelle das mal hier so durch. Ihr könnt sehen, die haben direkt den Weg nach rechts genommen. Die hier drehen auch alle nach rechts ab. Der hier dreht nach, ähm, da ab. Also, ihr seht schon, die beeinflussen das Ganze auch. Und generell meine Erkenntnisse, die ich jetzt daraus gewonnen habe, aus dieser, ich will ein bisschen testen. Also, ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt. Aber, wenn wir bei Einrichtung gucken. Lautsprecher haben überhaupt keinen Einfluss drauf. Dann, wenn man hingeht. Diese ganzen Sachen haben auch null Einfluss, worauf sie hingehen. Obwohl, ich habe noch die Waren in der Infotafel geknüpft. Ähm, so. Wir werden aber sehr, sehr wahrscheinlich auch keinen haben. Nein, ihr seht schon, die halten das Bild drauf zu. Die werden normalerweise schon lange abgebogen. Genau, da rennen sie einfach durch. Und, naja. Die machen wir mal wieder recht. Und, basically, so habe ich das Ganze getestet. Wenn wir hier gucken, aus dem ganzen Menü ist nur dieses Tiergesprächspunktteil. Was das beeinflusst. Wenn wir dann bei Müllwämmen und Bänke gucken. Die ganzen Sachen, die ihr hier seht, sind auch nicht effektiv. Also, Warnschilder und so machen die halt langsamer. Weil sie sie durchlesen, aber sie gehen trotzdem einfach durch. Sicherheitskameras bewirken gar nicht. Also, da ist denen das scheißegal. Die gehen aber weiter. Picknickbänke hingegen funktionieren wieder. Ähm, normale Bänke funktionieren auch. Also, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass alle funktionieren. Weil ich habe mal durchprobiert. Die Mai... Äh, alle, die ich getestet habe, haben funktioniert. Das als Barriere. Also, gehe ich davon aus, dass alles, ähm, davon, ähm, funktioniert. Mülleimer werden auch alle funktionieren. Und, ja, ansonsten haben wir hier, naja, haben wir hier irgendwas vergessen? Nein. Ähm, die Transportfahrgeschäfte und so funktionieren nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Schienen davon, die werden nicht funktionieren. Da gehen die einfach durch. Ähm, Mitarbeitereinrichtungen und so braucht ihr gar nichts rumprobieren. Die haben negativen Einfluss auf die Gäste. Und außerdem könnt ihr dann noch gleich den Weg da abbauen, an der Stelle. Und Gästeeinrichtungen, genau das Gleiche. Nur, dass die keinen negativen Einfluss haben. Die werden natürlich halt die Gäste beeinflussen. Aber da dürft ihr keinen Weg drunter haben. Ich kann die ja noch nicht mehr hier hinsetzen, ihr seht schon. Also, das braucht ihr gar nicht probieren. Vivarien ist genau das Gleiche. Und unter Bau gibt es nichts, womit Gäste interagieren. Da gibt es dann zum Beispiel sowas hier. Ihr seht schon, die rennen einfach durch. Das juckt die nicht. Also, Gäste interagieren mit dem Zeug nicht, von dem Zeug. Also ist das eine Sache für sich. Den habe ich noch nicht mal gesehen, den fällt mir. Interessant. Und Alter, warum muss es jetzt immer regnen? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist immer so. Aber egal. Ähm, wenn wir das sonst mal angucken jetzt hier. Ich habe ein paar Designs. Und zwar habe ich die Mülleimer hier vorne nicht geändert. Die müsste man dann dementsprechend ändern. Aber ich habe einmal das Design mit dieser komischen Bank hier. Ich habe die hier hinten auch nicht voll gebaut dann. Die, ich weiß nicht, finde ich nicht so ganz so schön. Sieht irgendwie komisch aus und sie hat eine komische Länge. Weil, das Problem ist, ihr seht schon, wenn ich die jetzt hier hinten weiterbaue, würde sie hier hinten so rausgucken. Und das liegt nicht daran, dass ich unsauber gebaut habe. Ihr seht schon, ich habe hier nur minimale Abstände zwischen. Dann, Nummer zwei wäre das hier. Das sieht auch irgendwo komisch aus, finde ich. Aber die ist kürzer. Hier habe ich auch mal weitergebaut. Hier gucken wir nur so ein ganz kleines bisschen raus. Das stört mich tatsächlich eigentlich nicht wirklich. Und, ey, hier unten runter sind wir vom Regen safe. Easy. Das finde ich auch geil am Game. Ich meine, guckt euch das an. Hier seht ihr, ist Regen. Hier hinten ist überall kein Regen. Und es ist halt einfach generell schön irgendwie. Also das Game hat das gut gemacht mit dem Wetter. Hier, guckt euch das Dach an und so. Also das wollte ich nur noch mal ganz kurz bemerken. Weil ganz ehrlich, ich finde, Planet Zoo hat bisher von den Wettersystemen eines der besten, die ich je gesehen habe. Aber auf jeden Fall wollen wir noch mal weitergehen. Die hatten wir jetzt. Also ich kann mal ganz kurz. Zahl. Gibt es sowas hier so? Nein. Eins. Nummerieren wir das kurz durch. Zwei. Das hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen, aber ist auch egal. Drei. Und dann haben wir noch ein viertes. Das vierte ist dann das hier. Das hier so. Und zwar habe ich dann hier das dritte. Das sind dann die Aquatic-Bänke. Ihr seht schon, das sind so diese komischen, massiven Steinbänke mit Holzplanken und drüber. Ich kann natürlich hier die Farbe umändern, wie ich will. Ich kann die auch zu grün machen oder so. Das ist natürlich machbar. So, perfekt, jetzt wo es Tag ist, sieht man auch wieder was. Und ich weiß nicht, das hat was auf jeden Fall. Ich kann ja rein theoretisch sogar den Stein unten drunter ändern von der Farbe. Also da haben wir viel Customization Raum. Also ich meine, wir könnten sowas machen. Das sieht irgendwie komplett komisch aus, aber es ginge. Da könnten wir gut was mitmachen auf jeden Fall. Und sie haben den Vorteil, sie hören hier hinten auch ziemlich früh auf. Also hier, das wäre ein Easy Fix. Würde ich hingehen und würde den machen. An den Seiten habe ich immer noch kein Loch. Und es passt. So. Also die könnte man auf jeden Fall auch noch benutzen. System 3. System 2 und 1. Also 2 geht auch noch. System 1 würde schwierig sein. Da müssten wir hier sehr groß umbauen. Aber egal. Und dann hätten wir noch System 4. Mein bevorzugtes System. Weil das nicht klar erkennbar eine Bank ist. Ja. Ihr seht schon, das ist einfach nur dieser Holzstapel. Der hier zusammengehalten wird von so ein bisschen Metall. Und der ist auch im Stil mit den Mülleimern. Was auch geil ist. Und wenn wir mal gucken. Der hat hier hinten so ein ganz kleines Loch drin. So. Das passt aber. Wenn wir hier hingehen. Ich habe das mal weiter gebaut. Wenn wir hier so rüber gucken. Ich finde das sieht doch gut aus. Und auch deutlich besser als die hier. Weil die lenken irgendwo von den Hauptsachen ab. Weil eigentlich hast du ja in der Mitte von sowas nichts. Also du hast hier hier nicht so eine Bank zwischen normal. Sondern du hast normalerweise ja diese Ketten und das war's. Dann vielleicht hier vorne einen Abschluss. Aber das mehr nicht. Aber auf jeden Fall. Diese ganzen Bänke hier. Finde ich persönlich am besten. Wenn jetzt kein Widerspruch kommt. Werde ich zur nächsten Folge. Diese drei Testbänke abgerissen haben. Und durch die ersetzt haben. Aber ist ja auch egal. Generell seht ihr. Ich habe das dann hier auch durchgezogen. Dass sie hier nicht lang gehen können. Ihr seht auch. Hier ist die Versammlung einfach weggegangen. Und das sah ja geil aus. Dass die eben gerade hier sogar gewartet haben. Sozusagen ein Check-in gemacht haben. Aber egal. Generell. Ihr seht schon. Es wird jetzt sehr, sehr regelmäßig hier unser Check-in benutzt. Von allen. Das macht so viel, finde ich. Hier hinten das Gleiche. Die Leute gehen hier raus. Klar, durch diese Blöcke gehen sie immer noch durch. Aber meistens. Ja, ich sage meistens. Weil nicht immer. Manchmal haben die einfach keinen Bock drauf. Aber so an sich. Versuchen sie es. Wenigstens hier durchzugehen. Und naja. Ihr seht schon. Die Kette hier wird einfach ignoriert. Weil ich hier noch nicht den gemacht habe. Für die Leute, die sich interessieren, wie ich das mache. Nichts fehlt es. Du gehst hin. Platzierst das Ding. Leinst das Teil hier ab. Klatscht es da drauf. Leinst das Teil hier ab. Und fertig. Ist da eine Begrenzung. Und naja. Klar, das Kinderwagenteil ist jetzt hier weg. Das ist aber auf technische Gründe bezogen. Und rein theoretisch versagt nicht, dass man das hier mit wegräumen kann. Das sagt jeder aber. Egal. Dann haben wir hier das Kinderwagen weg. Dann machen wir das mal weg. Dann haben die das extra Eingang. Keine Ahnung. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Endlich. Aber generell. Ihr seht schon. Hier sieht das deutlich geordneter aus. Ich finde, es hat auch was für wen. So ein extra Akzent drin haben. Und ja. Ihr seht schon. Hier die gehen durch. Wenn wir hier weiter gucken. Alle Leute gehen eigentlich hier wirklich durch die einzelnen Bahnen, die sie haben wollen. Ihr seht schon. Die biegen ab und gehen dann jetzt hier zwischendurch. Hier die gehen auch wieder richtig. Sind hier rausgekommen und so. Klar kann ich jetzt nicht sagen, hier dürft ihr nur raus und hier nur rein. Das geht zu weit. Das geht nicht. Leider. Und hier. Naja. Haben sie sich auch einfach gedacht, wir gehen quer. Ja. Also es passiert ab und zu mal. Das kann man nichts gegen machen. Da müsste man dann separate Wege nehmen und sowas. Aber dieses System. Ich bin doch ganz glücklich mit tatsächlich. Mit dieser Erfindung sozusagen. Ich weiß nicht. Ich habe das das erste Mal gesehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich meins ist oder nicht. Ob ich das zum ersten Mal gefunden habe oder so. Aber an sich. Ihr seht schon. Das funktioniert zu 99 Prozent würde ich schon fast sagen. Oder ja. 90 Prozent. Funktioniert es gut. Hier stehen zwar trotzdem noch welche. Das kann man nicht verhindern. Wenn sie wollen, dann gehen sie halt einfach durch die Lücken. Aber solange sie es können, versuchen sie außen rum zu gehen. Und das ist geil. Und sorry, wenn ich jetzt diese Folge ein bisschen weniger produktiv war. Aber. Ich finde tatsächlich. Das war eine gute Entdeckung, die ich hier hatte. Und klar. Die sind irgendwie stuck hier ein bisschen. Das sieht teilweise ein bisschen komisch aus. Aber es passt schon. Aber ich würde mal sagen. An der Stelle beende ich dann diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hoffentlich. Wenn wir dann wirklich uns hier hinten um den hinteren Bereich kümmern hier. Und naja. Bis dahin. Würde ich einfach mal sagen. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss drangeblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist. Zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt. Oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.